Bestätigt. Abtrennigen-Status nicht länger aktiv. Ich glaube ich mach doch mal den Damage-Buff rein, aber das ist ja doch manchmal ganz... ...nicht? Ja, Loot egal, ne? Ja, Loot egal. Bei der Zone haben wir bestimmt gut verloren. Ey, guck mal. Warte mal wer da vorne abkippt. Wer fehlt denn jetzt noch? Keeps, ne? Ne, ich bin da. Zacki, zacki, zacki. Aber kein T-Ready. Egal. Der Abholzone vielleicht. What? Hm. Der priviert. Nein. Der priviert. Da, da priviert. Putin priviert. Wer spricht denn überhaupt? Nein, der Typ hier. Hm. Da, priviert. Verscholti nach, ruhig. Super. Die Dizu da. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Drei hinter. Angeschossen worden. Jo, alt. Da und tot. T ist an. Ich hab ihn. Das war eine Haftgranate. Ich hab den zweiten. Da ist noch einer oben jetzt. Der ist fast tot. Ich hab den dritten. Und dann. Ich hab den dritten. Ich hab den dritten. Ich hab den dritten. Ich hab den dritten. Dann. Ich hab den dritten. was ist das denn da? achso ne 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 nein nein, ich meinte nein ich meinte buck mit scan ey, nice ey ich hab auch 3300 hab auch 3300 hast du recht gerochen? dann müssen wir uns zu Ende noch krallen das stimmt, weil ihr die Gruppe verlassen habt, ne? ihr kleine Wichser ja das sind die gleichen das sind die gleichen direkt wenn es losgeht eine brand munition rein ganz wichtig haben wir gewonnen oder nicht die haben schon gezündet schutz hier drin alles klar bei denen auch ich hab dir gleich Are you ready? Ja, er hat Angst, komm Der hintere ist fast down, ich hole ihn mir mal Ja, der hintere ist down Der hole ich mir schnell Down Sie haben einen abtrünnigen Agenten neutralisiert Wo ist der andere? Achso, oh nice Aber hier ist ja noch mehr Aber hier seh ich ja noch mehr Ich will immer schnell sein Glück da Was denn, ich hab gerade so viel Spaß Perfekt Na Ey guck mal, der hat meinen Loot gerade so komisch angepasst Ich hab auch nichts, ich hab ne Kacke Ey, ich glaube die beiden hasten uns richtig Die Reiter Na, ich bin nur gestorben, da hab ich nichts davon gehabt Also der hat sich verloren Da hat man Da hat man, ich schätze jetzt auch mal Nur noch Pech, alter Wie viel Rüstung hast du? Keeps Ja, also ich hab auch 58% Ähm, Reduction Ja, weiß ich gar nicht, ich glaube wenig Aber auch gar nicht mal so wenig Aber auch gar nicht mal so wenig Weiß ich gar nicht Warte mal Äh Warte mal Pause, kurz kurz Pause Ich guck mal eben nach Wo seh ich das? Unter ähm, Charakter Unter Talente Und bei Überlebensfähigkeit Charakter? Da, äh Waffen Äh Kampf Exotischer Ich hab auf jeden Fall 17% Rüstungsdurchdringung Das hab ich nochmal Äh, wo seh ich das? Da Rüstung Ey, kein Wunder, dass du so bin ich stirbst Ja nie, Alter, du Ich hab 0% exotischer Schadenswindung Also 54,7 Rüstung Exotisch 10 10 10 Okay, das ist schon besser als ich Ich hab 9 Und 78.000 live 79 78.900 Das ist ein Manko, glaube ich Bei dem Bei dem Rüstung Du brauchst mehr Rüstung auf jeden Fall 60% ist PvP 65 Ist OP Da kannst du Mit 65 kannst du Durch ne Vierermann Squad laufen Und Hampelmann machen Okay, also Ja, aber 60% ist schon PvP Ich hab 58 Ich hab 58 Tilgt auf jeden Fall, Alter Die ballern mich an, Alter 58? Ich hab 58, ja Das wird nicht so'n großer Unterschied sein Echt? Ja Toll Ich hab gar nichts Sinn zum Heilen, ne Also ich hab nur die Maske, die mich permanent heal Und mein MP Crit Äh, Eliminierung meine ich Ich hab nicht so'n Ich hab nicht so'n Ich hab nicht so'n